Die Grünen wollen ja gerade Marihuana legalisieren, ne? Finde ich gut. Ich sollte die wählen. Aber jedenfalls diese Drogenbeauftragte dann so. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis nicht? Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Geil. Das ist meine Begründung, Alter. Warum ist es illegal? Weil es illegal ist. Gegen Real? Okay. Okay. Ja, los, gib her. Ja, 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 klar. Warte mal. Okay, ich kann noch kurz pausieren. Eine Einstellung mache ich noch. Die Kleinigkeit schneide ich hier noch raus. Welche? Es ist immer noch zu laut, der Rest. So, jetzt habe ich noch mal einen Ticken leise gestellt. So, jetzt passt es. Boah, der kommt sogar durch dadurch. Alter Schwede! Nein! Sobotnik! So vergeigst du unsere Chancen. Ja, ich! Ja, natürlich du. Ich habe mich also für die Nachwelt festgehalten. Nein! Gut! Okay! Jetzt höre ich auf! Ich gehe! Er sagt mir, ich vergeig unsere Chancen. So, bam! Ich habe ihn umgehauen. Oh, shit! Komm, unten! Weiter unten! Weiter unten! Weiter unten! Schade! War geplant! War geplant! War geplant! Ja, ja, natürlich. Toller Plan! War geil, der Plan! Oh, das hat er schön gemacht! 11! Oh! Nein! Scheiße! Oh, oh! Gelb! 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 Oh nein! Ah, es ist doch gar nicht real! Ich dachte schon! Komisches Psycho! Oben hat es jetzt geändert! City! Stand bis gerade noch real bei mir! Den nämlich! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, gut! Komm, den Pass! Okay, zu spät! Jetzt! Gut, gut, gut! Komm, mach hin! Yes! Das war vorgelegt! Das war eine Vorlage! Haha, du Depp! Hey, wir führen 1-0! Ist doch geil! Komm, wir schaffen den Aufstieg noch! Wir haben es uns verdient! Erst Liga 3 und dann die Weltherrschaft! Ja, genau! Oh, bitte! Nein! Abseits! Alter! Baut ihn weg! Die müssen sich halt richtig ärgern gerade! Ja, würde ich auch! Zum Beispiel! Komm, lauf! Genau! Genau! Oh, schade! Ja! Es ist physikalisch eigentlich unmöglich, Ronaldo den Ball abzunehmen! Ja, das ist ein Bug! Das ist ein Bug! Absoluter Fehler! Also in echt geht das nicht? Natürlich nicht! Schön, 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 schön! Der Ball läuft gut! Oh ja! Egal! Einwurf! Dann sind unsere Leute wieder da! Bleib locker! Nicht sofort drücken! Und jetzt hier rechts! Nein! Shit! Ich bin extra da schön in den Raum rein! Ich bin extra im Feuer geworfen! Ach so! Ach shit! Kann mich nicht mehr ran! Zurück, kommen wir zurück! Ich decke da unten noch ein bisschen! So, kannst du angreifen! Ich bin da! Wunderbar! Trotz allem gut! Ach, schön! Läuft dir ein bisschen gut gerade! Ein bisschen! Noch? Noch! Ich hoffe es bleibt so! Ich auch! Hau drauf! Nein! Das war auch unmöglich! Das geht nicht, wenn man mit Cristiano Ronaldo schießt! Stimmt! Ronaldo kann eigentlich nicht daneben schießen! Oh shit! Wir haben ein Problem! Ha! Geil! Ich glaube wir haben etwas schwächere Gegner gefunden! Sag das nicht! Sag das nicht! Sag das nicht zu laut! Ich habe es leise gesagt! Von daher! Ja, 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 ja! Gleich Kassim Winter, weil du es gesagt hast! Du bist... Ich wusste es! Ich versuch's nochmal, aber hey, es steht doch noch 1-1. Aber hey, wir können doch noch gewinnen. 6-1. Ja. Ach, so ein Shit aber auch. Cool. Oben. Diese Kommentator-Sprüche, ne? Ich hab's auf Englisch. Ich nicht. Komm, mach hin! Nein! Du hättest noch so viel Platz gehabt. Ich war aufgeregt. Dinamosität. Sollte mit dem Druck nicht mehr leben. Also hast du ein Flugzeug gegen eine Wand grasen lassen. Ja. Bisschen zerkassen. Das ist zu früh. Oh. Komm, komm, komm. Hau drauf. Oh, Shit. Das ist der schöner Pass. Oh. Ich dachte, du gehst ins Haus. Ja, wär schön gewesen, ne? Hallo, du. Haha. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Danke für den tollen Pass. Scheiße. Egal, egal. Das, 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 äh, abnehmen bis bald, das war gut. Oh, Shit. Abseits, 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 Abseits. Yeah, he's gone too early. He's offside. Jetzt bin ich ja aufsicht nicht mitgegangen. So, wie ist das Stadion-Gesänge? Komm schon. Komm. Das wär's gewesen. Ja. Das wär's lustig. Schönen, schönen, schönen Alter 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 So, ich block den, ey Ganz oben zu Ronaldo, das Ding Okay, zu Marcelo Von mir aus Was? Um alles in der Welt, wie viel Pech Entschuldigung Keine Absicht, den ihm zu hauen im Strafraum Wenn du Entschuldigung sagst, dann ist alles gut Dann dürfen die ja keine Fehler geben Genau, richtig, deswegen habe ich es auch gesagt Es tut mir ja nicht wirklich laut, oben Das ist nicht oben, das ist geradeaus Ich habe dahin gezielt, ja Wenn er den schießt, kann ich auch nichts dafür So ein Storz Oh, ich habe es mir gedacht Die stand eigentlich fast durch Das ist eigentlich, ich stand wirklich fast durch Oh, shit Abseits Alles gut Wie die immer den Mundwinkel hochziehen, ne? Ja, immer Willst du dich näher rankommen, oder? Brauchst du ihn weg? Okay, raus Oh, shit Schade Gut, nicht gut Doch, doch, das war geplant Ja, ja, na klar Bist du auch? Ja Bietet eine neue Konterschance für uns Um jetzt anzugreifen und dann das Paus Siehst du, alles durchgeplant Gut, toller Plan Oh, ich will das gewinnen, ey Das ist nicht wahr sein Okay, ist ja klar Wir fangen ja nicht an, um absichtlich zu verlieren Es kommt aber um eine Mike-Masersport So, man führt zu 3-0 In der neuesten Minute ballern die vier Tore rein Ist halt hier in FIFA Ah, der wechselt Lampard ein Das ist ein Fehler Ein Riesenfehler Das bedeutet, es wird defensiver Der ist super langsam Lampard Weißt du, was ich manchmal glaube, wenn ich so Werbung gucke? Wie jetzt auch diese Othello-Werbung Ja, lieber über Netz als über Netzer Ja Ich stelle mir jetzt so vor Wie die in dem Meeting sitzen Sich komplett die Bähne zu knallen Mit allen möglichen Substanzen Also, wäre das nicht cool? So, Günter Netzer So, zwischen alten Frauen Im Friseursalon Und er grillt einfach so Ja, Mann Und dann sagt er still so Lieber über Netz als über Netzer Nein Oldes Genie und so Ja, Mann Du Depp Das gab so jedes Meeting Das kann ich auch machen Das ist der beste Job ever Oh, shit Oh, shit Das haben wir Probleme mit der Gamer Ja, richtig Du spielst so scheiße, wie du singst Ich hab ja nicht gesungen Ich hab geduft Du hast geduft Okay, alles klar Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Kommt im Pass in den Lauf Oh, Mann Was ist das nicht siehst? Oh, shit Oh, shit Oh, get wrecked Double kill Wie ich einfach mal bei der 360 No-Scope gerackt Was ist denn los mit dir? Oh, das kommt ins Faceclimb-Video Von Major League Gaming Oh, shit Ein Double-Knack-Out Oh, shit Oh, fucking off Oh, jetzt siehst du Jetzt haben sie Angst Ja, sicherlich Wenn sie richtig gerackt hat Natürlich Ich warte Oh, weiter Sorry Sorry Kann geschehen Kann geschehen Kennst du das Mädchen, was die Wand frisst? Nein Doch Nein Doch, die kennst du Nein, die kennst du Leckner Leifst du halt unter einem Stein oder so Die war voll brutal Die war drückt auf Facebook Keine Ahnung Ich lebe unter dem Stein, ja Ich bin Patrick Star Oh, Mann Oh, Mann Was ist los? Der hat mich alles voll um Nein, doch nicht da Boah, dich doch da Nicht allein Viel zu gefährlich Finde ich nicht Ach Du warst schon vorbei Du warst doppelt vorbei Komm, die Brust, die Brust Genau Bäm Oh, ich hab'n Tor geschossen Ich hab'n Tor geschossen Wenn du Rundan gehst, kannst du die Ball nicht verlieren Das geht halt Was ist heute los, du schießt Tore Der Tor Der Tor Das schießt keine Tore Vielleicht kommt noch ein Eigenpore Der Klärer schießt Tore Das ist gar nicht mehr Ich hab'n Tor geschossen Ich hab'n Tor geschossen Ich hab'n Tor geschossen Ich hab'n Tor geschossen Also das musst du dir echt mal angucken Und auch unsere drei treuen Zuschauer Wovon ich einer bin Natürlich Und ich auch Also an den einen, der noch zuschaut Guck dir Jodeln lernen mit Barbara Lexer an Wir machen so eine kleine Shoutout an Barbara Nein, was du zuerst Ich rette unsere Mannschaft Wenn man das zu retten ist, dann will ich von dir nicht gerettet werden Ach, ach Silver Alter, was machst du da? Hör auf Ich mach'n Seitenwechsel Das war, das war Ja, ja Ja, nein Ja, nein Ja, nein Ja, nein Nein, nein, nein Hahaha Alles klar Nein Nein Scheiße, Alter Nein Du Ego Wie Das sah fast ein bisschen Das ist nicht anders Oh 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 Alter, das ist jetzt die 80. Minute Ich will hier keins mehr kassieren Komm Boah Fuck Nicht blind rein krätschen Zähne 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 Oder raus Das geht auch Solange das Ding nicht drin ist, bin ich zufrieden. Wir brauchen endlich mal einen Sieg. Komm bitte. Oh, fuck. Alter. Schon wie der da stand. Da weißt du schon, der wird los springen, wo es gar keinen Sinn macht. Wenn er in der Verteidigung jetzt... Pass ihn zurück. Genau. Da hin. Ich hab da was gesehen, was da nicht war. Bist du wieder auf LSD. Immer. Was heißt hier wieder? Immer. Siehst du nicht den Kobold auf dem Feld? Alter, der hat mich weggegeben. Aua. Aua. Das wäre das Todesjahres gewesen. Das wäre das Todesjahres gewesen. Das wäre das Todesjahres. Ich kann mich gar nicht mal lachen. Ich kann mich gar nicht mal lachen. Das ist bitter. Würfel. Was, 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 was Fieber da... Nein. Nein. Nein, nein, nein. Es ist mir egal, ob der Geld drauf liegt. Wir sind interessiert in den Scheiß. Scheiß total drauf, Alter. Es ist jetzt für beide Spiel. Nach der Aktion. Der Ball muss dann nur noch raus. Jetzt. Oh, nein. Es nimmt sich nichts mehr. Es ist völlig egal. Oh, nein. Schietz. Geil. Wir haben Sieg. Ist ja unmöglich. Oh, shit. Bei der Rodriguez. Wir haben gewonnen. Ein Sieg noch von einem Spiel. Wir steigen auf. Ja. Nein, wir haben sogar zwei Spiele übrig. Schaffen wir. Locker.